Dietrich Mattausch ist ein deutscher Schauspieler. Leben Mattausch wuchs in Frankfurt am Main auf. Er arbeitete nach Abschluss der Mittleren Reife und der Handelsschule zunächst als Speditionskaufmann und nahm gleichzeitig privaten Schauspielunterricht. Seine Karriere begann er am Kellertheater in Mainz. 1963 spielte er am Jungen Theater Göttingen, 1964 1966 an der Komödie in Frankfurt am Main, 1966 1967 am Landestheater Schleswig, 1968 1969 am Landestheater Detmold, 1969 an der Badischen Landesbühne Bruchsal, 1969 70 am Theater Baden-Baden, 1971 an den Bühnen der Hansestadt Lübeck und 1972 bis 1974 am Deutschen Theater Göttingen. Von 1975 bis 1979 war er am Schauspielhaus Hamburg engagiert, wo er unter der Regie von Peter Zadek auftrat. Er verkörperte in Zadek Inszenierungen Rodrigo in Otello, Cameo in das Wintermärchen, Brinnen in der deutschen Erstaufführung von Ike Burns Spaß beiseite und Kenneth in Verlorene Zeit von John Hopkins. Weitere Rollen waren Phileas Fogg in Jero Meseveris in 80 Tagen um die Welt und Cassius in Julius Caesar 1979 wechselte er zur Freien Volksbühne in Berlin, wo er mit Zadek weiterarbeitete.